Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Kyle und heute spielen wir Bad Wars mit Chopperz in Fortnite mit André Odomann. Yo! Leute, wir sind in Bad Wars. Letztes Mal habt ihr es nochmal gefeiert. Darum würde ich sagen, ich bin Team 3. Erster. Ja. Äh, ich gehe Team 1. Und schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, dann unterstützt ihr euch am meisten und viel Spaß beim Video. So Leute, jetzt wird erstmal wieder gehustelt. Oh. So Leute. Der Hustler. Wir haben diese Maps schon mal bei André aufgenommen. Checkt das echt gerne ab. Es hat unnormal Spaß gemacht. Darum dachte ich, wir kommen. Das bockt sich. Machen wir nochmal. Die Jungs hatten auch Bock. Mehr oder weniger. Ho. Ja, Bad Wars geht immer. Ja, Bad Wars ist geil. So. Wir müssen aber so schnell wie möglich die Base Upgrades ranholen, damit wir schnell vorankommen können. Voran. Voran. So. 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 Verstehe ich. Ist nicht fair. So. Aber. Wir gehen jetzt hin und besorgen uns ein bisschen Metz, um rüber zu bauen. Weil die Jungs haben das schon gemacht. Die kleinen Scherminer. Die kleinen Scherminer. So. 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 Was nehme ich mit für Waffen? So. 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 runtergefallen, weil ich gedacht, das wäre der Grappler mit Kleiter, aber ist er nicht. Okay, Leute, wir sind hier bei Null. Ja, sehr gut. Andere Respekt-Schelle? Ja, du kriegst mal aufs Maul, du nervst. Ja, komm, erstmal auch mal aufs Maul hauen, der nervt. Hallo, hallo, Team ist verboten im Bad Wars Schwanz. Die Team nicht. So, ich geh jetzt stackt heim, tschau. Macht's gut. Tust du das? Ja. Glaubst du wirklich? Ja. Gesundheit. Genau. Jetzt bin ich dabei runtergefallen, nicht im Ernst. Ich bin beim Niesen runtergefallen, hab alles verloren. Oh, wie schade, Digga. Das läuft gut für Odo Schwanzen. Full Metz, Bro. So. Das hätten wir. Oh, du war muck ganz schön. Ist dir das mal aufgefallen, Andere? Naja, er denkt, er wärs. Ich bin's auch, hä? Was bist du? Ich bin's. Was bist du? Ich bin der Beste. Ja, bist du das? Schade von dir. Ja. Wusste ich nicht. So. Wir gehen jetzt zurück in die Base. Äh, it entered your base. Wie war's für das Beste? Hä? Wie war's für das Beste? Danke für deinen ganzen Loot, Digga. Ja, ich hatte nicht viel. Ich hab mir noch ein paar billige Sachen gekauft, damit ich dich raiden kann. Raiden? Raiden? So. Odo Mann hat schon ein paar Hits kassiert. Ist wichtig und richtig. Andere ist grad im Heft der Farber. Er ist grad voll in seiner Meter. Ja. Ja, ich bin zweimal down gegangen, Junge. Niesen hat einen Dreißiger gemacht. So. Da holen wir uns mal ein bisschen davon. Ganz ehrlich, Odo Mann, ich glaub Andere macht das absichtlich. Wer macht den Kalle, farmt dich jetzt erstmal voll hoch und macht dann uns kaputt. Junge, ich hab mir ne Ska geholt und bin runtergefallen. Was für Farm. Gönne ich euch auf jeden Fall, dass ihr schlecht seid. Oha, schade wie du redest. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was nehmen wir uns noch mit? Leute, ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Taktik, weil wir haben uns jetzt was kleines gekauft, was uns echt helfen wird. Nun leider kann ich halt nicht bauen, also ist es halt ein bisschen nachteil, aber egal. Auwien! Warum gehst du auf mich? Au! Nein, du fliegst in meine Base und sagst so... Ich wollte über dich fliegen, damit das komisch rüberkommt, Odo Mann. Du schießt immer noch auf mich, du schlägst weg! Warum gehst du in meine Base? Ich wollte über seine Base drüber pflegen, dass er denkt, du greifst sie an! Damit er nicht weiß, was ich mache! Achso. Woher soll ich das wissen, ist die Frage. Guter Einwand, Bro! Okay, greifen wir jetzt Kalle an. Oha! Wo ist Odemann? Ja, der macht die ganze Zeit sein Dings! Player Entity Base. Was ne? Mach dein Bett kaputt, Digga! Bist du bei Kalle oder was? Ja, er von mir! Ah, Mann! Ich hab nichts! Odo Mann, bitte ab Herz! Herz für Tiere! Ich hab gar kein Herz! Herz für Tiere! Leichte Beute! So. Oh, André ist in meiner Base. Ciao, Kalle, ich bin weg! War ich kurz André noch tot? André, muck nicht! Mach ihn kaputt, André! Mach ihn kaputt! Gar nicht! Doch, Mario, ich vertraue mir! Ich bin auf dem Weg zu dir! Ich verteidige dich! André, wenn du mich kaputt machst, du hast 2400 Leben nur noch! Ich bin an deinem Damage gestorben, weil du in irgendeiner Base irgendwas aktiviert hast, du Ekeliger! Du hast auch Damage in deiner Base! Hab ich nicht! Doch, hab ich gerade mitbekommen, als ich abgeholt hab! So! Wie kannst du da durchschießen, ne? Oh, du bist so eklig! Du bist so eklig, Digga! Also, okay, okay, okay! Hm. Was holen wir uns, Leute? Also, Muckamann ist, äh... Hat Probleme, Digga! Muckamann Piqué, Digga! Mann! Ach, ihr seid solche Pisser, wirklich! Ich hab nichts gemacht! Legit hab ich nichts gemacht! Ich sitz nur hier und lache! So, wir dürfen Geld ein bisschen einlagern, weil... Brauchen wir! Denn sein Bett hat 50 Leben! Bist du! Junge, André kriegt kein Damage in meiner Base? Hä? Doch, aber ich hab Healing! Healing! Du bist nur ein Pisser! Geh lieber raus, Digga! Geh lieber raus aus meiner Base! Oha, drohst du? Ich hab Heer, Digga! Muck mich! Ich hab ein Helicopter! Irgendwas... Oh mein Gott! Ja! Bei Kalle ist die Frage! Das Geile ist, ich hab euch beide auch low gehauen, Digga! Kalle, wie viele Minuten hast du? Ich hab 10! Gut, das reicht mir! Digga, André, warum?! Oh, ich hab dich getroffen! Ja, aber warum?! Weiß nicht! Oha, hier liegt ja alles! Wer hat mir Grappler hier geschenkt? Ehre! Haha, das war's mit Odoman! Alles gut, ich leb noch! Ich lass dich auch noch am Leben, Odoman, weil ich bin nett! Boah, krank! Das wird der Fehler deines Lebens sein! Echt? Wird's das? Ja! Ich lass euch mal, ich lass euch mal kämpfen! Ich bin mal raus! Ich will wissen, wer gewinnt! Komm Odoman, wenn du Mann bist, straightest du meinen Base jetzt! Chill! Okay, chill! Hahaha! 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 Danke für alles! Hahaha! Hahaha! Ich hätte einfach weiter abbauen sollen! Ich kaufe jetzt Bat Protection! Hahaha! 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 Also jetzt kurz Kalle weg. Lüge. Okay, ist noch nicht zu mir rübergekommen, Leute. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wichtig und richtig. Die Waffe haben wir noch nie hier in diesem Format gespielt. Aber sie würde das Carrying. Welt gecarried. Oh, Störsignal. Verdammt. Digga, du Spawn-Trapst. Oh du Mann. Mach Andres Bett kaputt. Das ist die letzte Chance, dass er nicht gewinnt. Warte, mein Freund. Warte ab. Hallo, Kalle? Kalle? Hey, wie geht's dir? Ich wurde weggelöscht. Aber nicht von diesem Planeten. Wo ist Unwarn, ist die Frage? Find's halt auch geil, dass ich meinen Chopper nicht kaufen konnte. Der ist immer noch bei mir. Ich rasiere dich jetzt anderer Art. Bist du bereit? Entspann dich, okay? Entspann dich. Du bist mein Freund. Du bist noch ein 31er. Digga, ich weiß nicht, ob das Schaden macht. Ich habe mich mit Bunsenbrenner fast gekillt. Ja, 8 Damage. Oh, Hit. Mach mit Bunsenbrenner dein Bett kaputt. Niemals. Andres Bett down. Oha. Du musst Kalles down machen. Oh mein Gott. Nein. Ich muss nachladen. Warum? Ja. 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 Es ist so schön. Und mein Bett lebt sogar noch. Wenn Ruderman jetzt gewinnt, Digga. Komm, Ruderman. Das gönne ich ihm nicht. Bitte nicht. Hit. Er flieht. Digga, Feigling um mann oder was? Er hat sogar ein Heal dabei. Oh mein Gott. Und er ist tot. Ja. Digga. Warum habt ihr mich verarscht, dass sein Bett noch nicht lebt? Ich hätt Kalle so getötet. Hättest du, hast du aber nicht. Aber Leute, wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Checkt die Jungs ab. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.